Gentoo ist der fetteste Pinguim im Linux-Land und im SonntagsOS Nummer 50 habe ich auch schon mal gezeigt, wie man Gentoo auf dem System installiert. Dieses Video hatte zwei, drei Tage Produktionszeit gekostet, ganz einfach, weil die Installation von Gentoo eben auch sehr, sehr lange dauert. Der Grund, dass das so lange dauert, hängt mit der Kompilierung der Software zusammen, denn bei der Installation werden sämtliche Software-Elemente und sämtliche Produktprogrammelemente als Quellcode heruntergeladen von den Repositories und dann auf dem System kompiliert und dann erst installiert. Und das kann je nach Größe richtig viel Zeit in Anspruch nehmen. Und diese Zeit ist auch das, was viele Nutzer davon abschreckt, Gentoo auch wirklich zu verwenden, denn man kann Gentoo nicht einfach mal eben schnell installieren. Allerdings gibt es durchaus das ein oder andere Team, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Gentoo für die Massen bereitzustellen. Und ein solches Betriebssystem schauen wir uns heute an. Heute geht es um Redcore und dieses Gentoo Linux lässt sich tatsächlich innerhalb von 10 Minuten installieren. Wie das funktioniert, obwohl alles ja kompiliert werden müsste, das zeige ich jetzt hier in diesem Video. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und heute schaue ich mir mal Redcore Linux an. Das ist quasi die, ja, eierlegende Wollmilchsau unter den Gentoo-Derivaten. Zumindest könnte man das so denken, so wie der Entwickler das Linux-Betriebssystem Redcore Linux beschreibt. So, der Entwickler kommt laut distrowatch.com aus Rumänien. Also haben wir ein rumänisches Betriebssystem, basiert eben auf Gentoo. Und die Desktop-Oberfläche ist standardgemäß KDE-Plasma. Ich habe mir hier schon mal so einen kurzen Artikel vom Linux-Magazin mal schnell rausgesucht. Es gibt nämlich einige Neuerungen. Das System ist jetzt Anfang Oktober geupdatet worden. Da ist ein neues Release rausgekommen mit neuen ISO-Files und so weiter. Und es gibt einige Neuerungen. Bisher war es immer so, dass Redcore Linux immer so fünf bis sieben Tage hinter den Original-Gentoo-Repositories hinterher hing. Das bedeutete, die Software war im Prinzip, ja, sieben Tage, immer so fünf bis sieben Tage veraltet. Das soll nicht mehr so sein, denn das Derivat selber möchte jetzt quasi alle sechs Stunden mit dem Testing-Branch von Gentoo synchronisieren. Alle sechs Stunden wird das eigene Repository mit dem Gentoo-Repository synchronisiert. Und damit ist die Software aus dem Testing-Branch hochaktuell quasi. Hier steht auch standardgemäß, nutzt Redcore Linux das sogenannte Hardened-Profile. Wer Gentoo schon mal installiert hat, weiß, dass man bei der Installation vorher Profile installieren oder festlegen muss. Ich habe Gentoo schon mal direkt installiert. Schaue einfach mal hier oben auf den Link. Da kannst du dir das dann ansehen. Und da mache ich im Prinzip auch eine Profil-Festlegung. Da lege ich auch ein Profil fest. Das Harnen-Profil ist so ein Sicherheitsprofil. Da werden halt diverse Sicherheitsfeatures aktiviert im Kernel zum Beispiel. In der neuen Version gibt es dann noch ein paar Versionsänderungen. Der Kernel wird auf 5.15.71 mit 5.15.71 geliefert. Der aktuelle LTS-Kernel ist 5.15.72. Nein, 5.15.73. Ich habe jetzt hier ein paar Tage nicht geupdatet. Und ja, das KDE-Gears mit drauf. Bei KDE sind wir jetzt KDE 5.26. Ist aktuell. Weiß ich aber auch nicht, ob das in den Gentoo-Repositories dann auch schon mit drin ist. Werden wir dann sehen, wenn wir es gleich installieren. Diverse Browser sind mit dabei. Und es gibt ein paar Änderungen, was den Scheduler betrifft, bei SSD-Festplatten und auch SATA-Festplatten. Und was auch neu wohl ist, ist Timeshift ist jetzt, ja hier, Timeshift ist ab sofort vorinstalliert. Das ist immer gut. Gut, die Webseite sieht wenig aufgeregt aus. Aus irgendwelchen Gründen steht hier oben WU anstatt zum Beispiel Redcore Linux. Also das ist hier irgendwie so ein Standard-Template. Und das wurde jetzt nicht wirklich großartig geändert, außer vom Inhalt her. Ja, okay, kann man machen. So, dann gehen wir mal auf Download und dann haben wir hier diverse Mirrors. So, hier haben wir nämlich auch schon Redcore Linus Hardened Rasterbahn KDE Plasma 5 Stable. Und da suche ich mir jetzt hier einfach, es gibt nicht allzu viele Mirrors, vier Stück. In Rumänien, in den USA, Deutschland und Russland. Und ich nehme den aus Deutschland, den Alpex Mirror. Und dann laden wir uns mal die ISO runter. Das sind 4,1 Gigabyte. Das ist schon ordentlich groß. Und dementsprechend zügig wünsche ich mir, dass diese Installation dann vonstatten geht. Da bin ich mal gespannt. Das bedeutet also, dass die Software scheinbar alles schon fertig auf der ISO drauf ist und quasi von der ISO installiert wird und nicht erst irgendwo heruntergeladen wird. Das werden wir aber gleich sehen. So, wie du siehst, das geht hier bei mir wirklich recht zügig. Ich habe eine Gigabit-Leitung. Da ist das kein Problem. Innerhalb von einer Minute habe ich hier 4 Gigabyte runtergeladen. In der Zeit können wir hier schon eine neue virtuelle Maschine starten. Dann ISO einmal weiter. Das Medium wählen wir dann aus. Wenn es denn fertig geladen ist. Es ist fertig geladen. Da können wir hier aktualisieren und gehen dann runter auf R wie Redcore. Hier haben wir es. Weiter. So, hier wurde nichts erkannt. Wir wissen aber, dass es ein Gentoo 22 ist. So, und weiter. So, ich nehme wieder meine 8 Gigabyte und meine 6 Threads gebe ich zur Verfügung. 50 Gigabyte Festplattenspeicher, denke ich mal, sollten auch ausreichen, weil ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch was installieren möchte oder nicht. Und dann machen wir hier Redcore, Linux. Das reicht aus. Konfiguration noch bearbeiten. Meine Netzwerkbrücke. So, ich möchte ein UEFI-System haben und da wir KDE Plasma haben, ist es ganz wichtig, dass der Videotreiber hier der Word-IO-Treiber ist, denn QXL wird unter KDE Plasma nicht richtig funktionieren. Da funktioniert nämlich dann das Festlegen der Auflösung nicht. Deswegen da bitte darauf achten, wenn du KDE Plasma in eine virtuelle Maschine hier im Word-Manager installierst oder KVM, dann immer den Word-IO-Treiber auswählen, nicht QXL. So, hier machen wir alles an. Startmenü aktivieren. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. So, hier haben wir eine ziemliche Kuriosität. Das Bild ist völlig verschoben. Das scheinen drei Einträge zu sein. Und das ist sehr, sehr seltsam. So, ich habe jetzt einfach mal nur Enter gedrückt, weil ich jetzt nicht weiß, was da... Also, da gab es irgendwie einen Anzeigefehler im Grub-Boot-Menü. Jetzt sieht es aber recht anständig aus. Wir haben hier das Redcore-Logo und da läuft hier so eine Art Statuszeile durch. Wenn ich jetzt hier einfach mal Escape drücke, dann sehen wir die Sachen, die hier eben geladen werden. Und hier haben wir schon mal so einen stylischen Pfeil. Sehr, sehr cool. Okay, da war Musik mit im Spiel. Sehr gut. So, so sieht das schon mal aus. Das ist so der erste Überblick. Ich will gleich mal die Auflösung ein bisschen anpassen. Das ist so ein Standard-KDE-Plasma, so wie es aussieht. Wobei das Menü ein bisschen anders, das Einstellungsmenü ein bisschen anders aussieht als bei HD-Plasma selber, will ich mal behaupten. Sehr schicke Symbole, aber das gucken wir uns gleich alles noch genauer an. So, machen wir hier erstmal Keep. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich Install System. Denn normalerweise wird Gentoo ja über die Konsole installiert. und hier ist der Calamares-Installer mit integriert und übernimmt bei uns hier die Installation. Das finde ich sehr gut. Dann wollen wir mal schauen. So, ich mache mal Vollbild. So, wir sind in Berlin. Das ist korrekt. Das ist meine Tastatur. Das ist auch korrekt. Die Festplatte wollen wir löschen. Und hier kann ich dann aussuchen, ob ich einen Swap haben möchte oder nicht. Entweder als Partition oder als Auslagerungsdatei. Mit und ohne Ruhezustand sorgt eben dafür, wie groß die Swap-Partition ist. Wenn ich also zum Beispiel ohne mache, dann haben wir hier hinten, das ist das pinke, rosane. Und wenn ich mit Ruhezustand mache, dann ist entsprechend die Swap-Einheit ein bisschen größer. Und bei Auslagerungsdatei wird gar keine Partition angelegt. Aber bei der Installation nachher ein Swap-File angelegt. So, ich sage aber nein. Ich will das nicht. Weil ich brauche es wirklich nicht. E4-System hat er erkannt. Und ich nehme mal an, hier unten sieht man es. EXT4 ist dann das, was formatiert wird. Ist nachher dieses Format. EXT4. Kein ButterFS. Und man kann es auch nicht auswählen. So. Dann einmal. Typ Redcore. Und ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Kein automatisches Einloggen. Und das gleiche Passwort für das Admin-Konto. Einmal weiter. Nochmal eine Zusammenfassung. Und dann geht es auf zur Installation. Und jetzt heißt es einfach mal abwarten. Es ist jetzt hier steht jetzt 9.12 Uhr. Es ist jetzt 10.12 Uhr im Prinzip. Die Uhr ist ja noch nicht richtig in die Zeitzone eingehängt. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange die Installation dauert. So. Und das war es dann auch schon. Es ist jetzt 23. Also von 12 Uhr hat knapp 10 Minuten also gedauert. Und dann können wir das System einmal neu starten. So. Auch hier scheint es irgendein Problem mit der Anzeige des Bootloaders zu geben. Allerdings mache ich jetzt einfach gar nichts. Das nehmen wir an. Das wird ganz normal Grub sein. Und oben steht dann Redcore Linux. Und dann kann ich im Prinzip das Ganze starten. Starten. So. Das ist jetzt hochgefahren. Das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Interessant. Finde ich gut. Dann einmal das Passwort reinhämmen. Und dann baut sich jetzt der Desktop auf. Die Installation. So. Es kommt auch keine, ja, so Animationen, wie man es sonst bei KDE Plasma ja gewohnt ist. Ich habe jetzt hier nochmal den Ton angemacht, weil ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt hier nochmal eine Art Login-Sound hören. Ich werde es nochmal ausloggen. Start. Log out. So. Okay. Dann nochmal Passwort rein. Mal gucken. Jawohl. Sehr schön. Eine Startmelodie. So. Dann. Das Erste, was wir machen, ist auf Display und Monitor. Und dann Full HD. Dann haben wir das hier nämlich erstmal schön hoch aufgelöst. So sieht das Ganze dann aus. Im Prinzip so wie die Live-Installation. Und ich glaube, die ersten Schritte, die man machen sollte, wenn man sich dann das System installiert hat, ist die Spracheinstellung und vor allem auch Tastatureinstellung, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Tastatur hier immer noch auf Englisch eingestellt ist. Nein, die ist tatsächlich auf Deutsch eingestellt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, dennoch ist halt alles auf Englisch und das möchte ich mal ändern. So, dazu hier auf Regionaleinstellungen. Hier ist British English. Ist hier drin. Ich nehme aber mal Deutsch. Add. Dann nach oben. Und halt als Default. Und das hier können wir eigentlich entfernen. Ich brauche kein britisches Englisch. Wir machen gleich mal Apply. Und wie das bei der Sprache so ist, muss man sich dann einmal ausloggen. Braucht dann einen Moment. Und dann einmal wieder einloggen. Sehr gut. Und jetzt sehen wir, hier ist auch alles auf Deutsch jetzt. Und auch das Einstellungsmenü, Regionaleinstellungen und so weiter. Das ist jetzt alles auf Deutsch. Sehr schön. Das ist also das Erste, was man machen muss, wenn man Redcore installiert hat. Der Login-Bildschirm SDDM ist weiterhin erstmal auf Englisch. Gut, das ist nicht so schlimm. Ich kann mal schauen. Starten und beenden. Das wäre dann hier. Sehr schön mit dieser Hervorhebung. Ich kann mir aber nicht, glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas in Sachen, Sprachen einstellen kann. Es gibt sicherlich irgendwo die Möglichkeit, die Sprache dann auch für SDDM dann einzustellen. Hier geht es jetzt nur um das Aussehen des Anmeldebildschirms. Ich denke, das reicht erstmal aus. Und ja, das ist KDE-Plasma im Standard. Und wir schauen mal an, was da jetzt hier alles standardgemäß installiert ist. Hier unten, wir nehmen erstmal hier unten die Leiste. Es ist alles ein bisschen kleiner. Ich hoffe, man kann es dann doch ganz gut sehen. Es ist wirklich ziemlich klein geraten. Können wir mal Fensterleiste einrichten. Maximale Anzahl an Zeilen. Anwenden. Verhalten. Man kann es jetzt hierüber nicht größer machen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. So, wir machen mal Kontrollleiste. Ah ja, okay, jetzt kann man es hier ein bisschen größer machen. Ich werde es jetzt hier einfach mal auf 52 machen. Ich glaube, 52 ist da ganz gut. So, das reicht dann auch aus. Und dann können wir das Ganze schließen. So, jetzt haben wir hier eine schöne große Leiste. Ja, die ist, wie gesagt, in echt ein bisschen kleiner. Aber so groß ist, denke ich mal, auch ganz gut. Übrigens, hier ist die Regionaleinstellung. Das hat tatsächlich geklappt. Lediglich, wenn man mit der Maus drüber fährt, steht immer noch Oktober auf Englisch. Und der ist der Wochentag auch auf Englisch. Und das Datum ist auch nicht nach dem deutschen Datumsformat. Mal schauen, ob wir das einstellen können. Zeitzone hat er ja erkannt. Sprache hat er eigentlich auch richtig erkannt. Warum das jetzt hier nicht richtig einzustellen geht. Ja, wir wissen es nicht. Ansonsten gibt es noch die Formate. Ah ja, genau. Also bei Regionaleinstellung einfach auf Formate. Und dann sehen wir hier, Region steht hier E-N-G-B-U-T-F-8. Da geben wir einfach Deutschland ein. Und dann DE-DE-U-T-F-8. Oder je nachdem auch DE-AT bzw. DE-CH. Wenn du zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz kommst. Ich bin in Berlin, hier in Deutschland. Also nehmen wir das so. So, das Zahlenformat ist so korrekt. Auch die Zeitanzeige finde ich so auch ok. Währung ist richtig und das Maßsystem ist metrisch. Dann kann ich jetzt einmal auf Anwenden drücken. Und wie das bei KDE-Plasma so ist, müssen wir uns bei jeden Änderungen, die wir machen, einmal aus- und wieder einloggen. Damit SDDM die Umgebung einmal neu startet. Und dann haut das hier auch hin. Hier unten stimmt das Datum jetzt. 16.10.22. Und wenn ich mit der Maus drüber fahre, ist der Sonntag auch auf Deutsch. Und das Oktober ebenfalls auf Deutsch. Jetzt haut das quasi hin. Sehr gut. Hätten wir das Problem auch schon gelöst. So, ebenfalls unten auf der Leiste haben wir dann eben hier die Systemeinstellungen gleich angeheftet. Dann gibt es Discover. Das ist dann sowas wie ein App Store. Den gucken wir uns dann gleich an. Ich kann den jetzt hier schon mal laden lassen. Ach ja, da können wir. Na, das machen wir dann später. So, dann haben wir hier eine Dolphin-Dateiverwaltung. Das ist im Prinzip der Standard-Dateimanager mit einem ziemlich krassen gelben Numix-Stil. Finde ich passt gar nicht so richtig zu dem Redcore-Design. Muss ich sagen. Also ich hätte jetzt auch so weinrote Symbole ja eher erwartet. Ich, ja, ist tatsächlich Geschmackssache. Ich finde dieses grelle Gelb jetzt nicht so schön. Muss aber natürlich jeder für sich selbst wissen. Ja, und dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Und wenn man mit der Maus drüber fährt, passiert nichts. Ich nehme mal an, da wird der Browser sein. Genau, Preferred Browser ist leider hier nicht, ja, angegeben, wie auch immer. Und da schauen wir mal, was alles so vorinstalliert ist. Wir fangen gleich oben an. Die LibreOffice-Bibliothek ist mit dabei. Gleich vorinstalliert. Und auch alles auf Deutsch. Das ist sehr, sehr gut. Über LibreOffice. Und das ist die 7.3. Also, äh, einer der, äh, neuesten Versionen. Also, durchaus eine neuere Version. So, dann, äh, noch Ocular. Das ist so ein Dokumentbetrachter. So, dann haben wir Dienstprogramme. KWrite ist, ja, ein Texteditor. Aber ein bisschen umfangreicher als der, den man vielleicht von Windows kennt. Ist also schon eine kleine Mini-IDE, könnte man sagen. Ein sehr, sehr beliebtes Programm. Und, äh, Taschenrechner Emoji und Arc. Die Emoji-Auswahl, die kann man dann halt verwenden, wenn man dann beim Schreiben und Chatten und so weiter einfach mal ein Emoji mit einfügen möchte, äh, finde ich das ganz cool. Und man kann da drauf zugreifen, indem man einfach die Windows-Taste gedrückt hat. Also, super und den Punkt. Und dann öffnet sich das auch. Ne, das habe ich jetzt mal gedrückt. Super und Punkt-Taste. Und das funktioniert übrigens auf Windows 10 genauso. Wenn du also Windows 10 oder Windows 11 jetzt nutzt, gerade als so dein normales Betriebssystem, probier mal aus, Windows-Taste und Punkt gedrückt. Und da sollte eigentlich ein Emoji-Picker auch bei Windows 10 und 11 sich öffnen. Gut. Dann machen wir weiter. Dann, äh, unter Einstellung gibt es die IBAS-Einstellungen und Systemeinstellungen. Die Systemeinstellungen waren wir eben. Unter Entwicklung gibt es nur den Qt5-Designer. Und dann kommen wir noch Grafik. Da gibt es ein Font-Forge. Nehmen wir mal eine Font-Verwaltung. Genau, ist eine Font-Verwaltung. Und dann haben wir noch... Gimp ist mit dabei. Ist schon standardgemäß mit drauf. Ich nehme mal an 2.10. Das ist das, äh, ja, normale, neueste Gimp. Das ist sehr schön. Ist mit dabei. Grandview, LibreOffice Store und Ocular. Also nochmal dabei. So, Internet-Browser. Da hat sich der Entwickler für den Chromium-Browser entschieden. Kann ich ihm gar nicht so verübeln. Denn der Chrome selber, Google Chrome, ist ja mit der beliebteste Browser überhaupt. Und Chromium ist quasi so ein bisschen das, äh, der Open-Source. Das ist quasi das Open, die so Open-Source-Alternative zu dem proprietären Google-Chrome-Browser. Basierend eben auf dieser Chromium-Engine. Ähm, ich bin kein Fan von Chrom. Muss ich sagen, ich selber nutze Firefox oder Brave. Das können wir aber auch gleich noch installieren. Und was haben wir noch? Auch ein Bit-Turn-Client und Steam ist vorinstalliert. Das ist, äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Jetzt habe ich das einmal gestartet und schon hat er hier oben auch ein, ja, ein Symbol auf meinen Desktop gelegt. Äh, klar, wenn Steam jetzt das erste Mal gestartet wird, dann möchte der jetzt das eigene Updates runterfahren. Lassen wir den das in Ruhe machen. Und dann machen wir der Zeit hier weiter. So, unter Lernprogramme gibt es LibreOffice Math als einziges. Okay, ist in zwei Kategorien aufgeteilt. Multimedia, da haben wir GOVC-View. Eine Webcam-Anwendung. Phonon Audio und Video ist ein, ja, Einstellungscenter, könnte man sagen, für, äh, für die Kommunikation von, von Audiogeräten, die auf dem Rechner so installiert sind. So ein bisschen wie Jack gemacht, aber ein bisschen einfacher und nicht ganz so kompliziert. Und hier werden dann sämtliche Programme, die Ton von sich geben, dann hier so aufgelistet und dann kann man den Prioritäten zuweisen und so weiter und so fort. So, Steam ist jetzt hier. Hat sich jetzt geöffnet. Sie neue Steam-Oberfläche, neue Steam-Login-Oberfläche. Wurde auch langsam Zeit, dass das mal ein bisschen aktualisiert wird. Das war ja wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr alt. Jetzt kann man sich hier mit einem QR-Code einloggen, äh, mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Finde ich auch sehr schön. Ne, also Steam ist quasi direkt mit drauf. Sehr schön. Q-MMP. Was haben wir hier? Aha, Q-MMP ist quasi so ein Winamp für Linux. Also wer, äh, noch aus den alten, guten alten Windows 98, Windows 2000er-Tagen kommt, der wird Winamp blieben oder aus XP-Zeiten halt auch, ne? Windows XP-Zeiten, äh, da, der Standard-Media-Player war Winamp. Und das ist quasi so ein Fork, nehme ich mal an, Q-MMP. Und der VLC-Media-Player ist natürlich auch mit dabei. Der darf natürlich nicht fehlen. Und unter System finden wir dann noch, äh, diverse Systemprogramme. Zum Beispiel Balena Etcher ist mit drauf und Unit Boot. Also zwei Programme, die zum Erstellen von bootfähigen USB-Sticks, ähm, da sind. Warum es da jetzt zwei notwendig sind, lässt sich jetzt natürlich nicht vorhersagen, warum das so ist. So, dann haben wir Dolphin, ist unsere Dateiverwaltung, eine Druckerverwaltung, ist mit drauf. H-Top, das ist quasi so eine, ja, Leistungsmonitor, ja, Systemmonitor. Kann man gucken, wie aktuell der Stand der Dinge ist. Wir sind jetzt hier bei 612 MB im Speicherverbrauch und das ist für KDE Plasma absolut top. Gerade wenn man bedenkt, dass ich jetzt hier schon einige Sachen geöffnet und wieder geschlossen habe, sind wir hier noch weit unter einem Gigabyte. Und damit ist KDE Plasma tatsächlich einer der Oberflächen auch, die sehr, sehr sparsam sind. Wir gucken mal weiter. Wir haben ein Infozentrum. Da steht dann, was das Ganze ist. Redcore Linux Hardened Rolling. Und dann haben wir, dann wird es jetzt spannend. Die Partitionsverwaltung, eine Konsole, ist die K-Konsole, also das Terminal-Konsole mit K. Ja, Menü-Editor, noch Sisyphus GUI. Sisyphus ist im Prinzip ein vom Redcore Team eigens erstellter Paketmanager. Und diesen kann man entweder an der Konsole verwenden oder eben hier über diese grafische Oberfläche. Wenn ich nämlich etwas installieren möchte, kann ich das hier quasi einfach suchen. Und dann wird das Ganze mit Sisyphus installiert. Denn Redcore bedient sich quasi eigenen, bereits vorerstellten Binary Packages, also Binär-Pakete. Und mit Sisyphus kann ich das System upgraden. Ich kann Pakete, wie gesagt, installieren. Wir können es ja gleich mal probieren mit NeoFetch. Neofetch, das haben wir zum Beispiel hier. Da habe ich hier NeoFetch App Misc. Also der holt sich die schon aus der Original-Gen2-Kategorie auch raus. Ja, das heißt, das sind die Original-Kategorien, die Gen2 Portage eben zur Verfügung stellt. Und es wird aber lediglich aus den eigenen Repositories von Redcore installiert mittels Sisyphus. Ja, wenn ich jetzt hier einfach mal draufgehe, dann sollte der sich jetzt das Ganze ziehen. Ja, hier hat er sich dann gezogen. Und jetzt wird das installiert. Hier steht dann auch Binary Package will be merged. Ja, es wird also tatsächlich das Binär-Paket wird sich gezogen. Emerging Binary. Also es wird nicht kompiliert, es wird nicht der Quellcode gezogen und dann das Ganze kompiliert und so weiter, sondern es wird tatsächlich schon das fertig kompilierte Paket gezogen. Ich weiß, da geht so ein bisschen der Sinn und Zweck von Gen2 auch flöten, weil Gen2 brüstet sich ja damit, wirklich die Pakete auf dem eigenen System dann zu kompilieren, damit dieses System so angepasst wie möglich ist oder damit die Pakete dem System so angepasst wie möglich sind. Und das fällt ja hier komplett weg, da ja diese Pakete quasi für alles schon vorfertig kompiliert sind für alle möglichen Systeme. Damit sind natürlich diese vorkompilierten Pakete möglicherweise ein bisschen größer und aufgeblähter, als es das wäre, wenn man ein reines eigenes Gen2 hätte. So, ich werde dieses Paket mal wieder deinstallieren. Uninstall, sehr gut und dann ist das Paket wieder runter, weil ich würde das gleich dann nochmal in der Konsole installieren. So, Systemmonitor haben wir dann auch den Standard-Systemmonitor von KDE Plasma selber. Das sieht dann so aus, ist auch ein sehr, sehr schöner Systemmonitor, kann man auch eine sehr, sehr schöne Übersicht, ist ein bisschen schöner als H-Top. Und dann Timeshift, hatten wir ja schon gesagt, wurde auf der Webseite bereits angekündigt, ist standardgemäß drauf. Was ich natürlich besonders schade finde, ist, dass man bei der Installation eben ButterFS nicht auswählen kann. Das würde dann auf jeden Fall sehr viel mehr Sinn machen mit Timeshift und Autosnap. So muss man dann hier Async nehmen, weil wir ja kein ButterFS-System haben. Und dann dauert das mit den Snapshots auch immer ein bisschen länger und vor allem die Snapshots sind dann sehr, sehr viel größer als zum Beispiel bei ButterFS. So, und damit sind wir fertig. Jawohl, weiter, weiter, das brauchen wir nicht, weiter und beenden. So, und dann kann ich jetzt im Prinzip ein Snapshot erstellen, wenn ich es denn möchte. Und dann gibt es noch die Energieverwaltung und Sitzung. Das ist im Prinzip einfach nur ausschalten, hochfahren, neu starten, abmelden. Und das war es im Prinzip. Mehr ist erstmal gar nicht vorinstalliert. Und ich finde, das reicht tatsächlich schon für eine Nutzung. Denn ich finde, das ist genau die richtige Anzahl an Software drauf, die man so braucht. Vielleicht die ein oder andere, die man nicht braucht. Aber es ist jetzt auch nicht aufgebläht mit irgendwelcher unnötigen Software. So, dann gehen wir mal in das Discover Center. Und hier sagt er, hier sind gar keine Flatpakete oder Flatpack-Quellen mit hinzugefügt. Die können also nicht geladen werden. Also werden wir FlatHub einfach mal mit hinzufügen. Okay. So, jetzt ist FlatHub oder Flatpack mit hinzugefügt. Das sind jetzt die Empfehlungen hier auf der Startseite. Krita, JiggyCam, KadenLive. Das ist wahrscheinlich das, was man so als nächstes installieren würde. Ich würde aber zum Beispiel Spotify installieren. Und wenn ich das jetzt suche, dann habe ich Spotify auch hier. Und das Ganze, wenn ich das installiere, schauen wir mal, ob man das hier sieht, worüber das installiert wird. Hier sieht man das schon anhand der Bezeichnung. Org.freeDesktop, Org.gnomeSession und so weiter. Es handelt sich dabei um ein Flatpak. Dann gehe ich hier auf Installieren einfach und dann wird das ganze Flatpaket. Ah ja, hier steht auch verteilt durch FlatHub. Ja, und dann Flatpacks sind quasi integriert, schon von Haus aus. Und so kann ich hier Flatpakete direkt aus dem Discover installieren. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und sehr, sehr gut. So, Spotify ist installiert. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze hier im Menü unter Multimedia schon mit drin ist. Sieht erst mal nicht so danach aus. Ich nehme mal an, wenn ich mich einmal aus- und einlogge, dann ist das auch im Menü. Das ist bei KDE Plasma so normal. So, dann loggen wir uns einfach wieder ein. Dann kommt wieder die Funky Music. Und jetzt sehe ich hier unter Multimedia ist hier auch Spotify dann aufzufinden. Und wenn ich das öffne, jawohl, dann ist Spotify auch da. Und dann kann ich mich hier ganz normal bei Spotify einloggen. Sehr, sehr schön. Hat also ohne Probleme funktioniert. Und auf diese Art und Weise kann ich mich dann hier durch, im Prinzip durch sämtliche Kategorien auch durcharbeiten. Und hier in den Einstellungen dann auch noch entsprechend festlegen, was hier an Quellen noch hinzugefügt werden kann und was nicht. So, dann möchte ich jetzt als nächstes mal noch schauen, wie ob man hier das Aussehen ein bisschen anpassen kann. Wenn einem das Hintergrundbild, das Standard-Hintergrundbild jetzt nicht so gefällt, dann kann man natürlich mit Rechtsklick einfach drauf auf Hintergrundbild und Arbeitsfläche. Und dann werden hier die Standard-KDE Plasma-Hintergrundbilder angezeigt und lediglich auch noch zusätzlich das Redcore-Hintergrundbild. Also Redcore hat jetzt keine eigene Artwork-Galerie mit eigenen Sachen. Ansonsten kann man hier unten sein eigenes Bild noch hinzufügen, wenn man noch eigene Bilder hat als Hintergrundbild. Oder man kann sich auch aus dem Internet direkte Bilder herunterladen, die dann auch frei verfügbar sind. Da muss man auch mal aufpassen, dass man da keine fremden Lizenzen verletzt. So, hier wird dann geladen. Es sind wirklich schöne Stockfotos quasi dabei und Grafiken, die ich sehr, sehr gut finde, sehr, sehr hübsch finde. Da kann man sich dann wirklich den ganzen Tag mit verbringen, um hier durch die Galerien sich durchzuarbeiten. Das gibt es dann auch noch in Kategorien. Zum Beispiel nehmen wir Wallpapers, Linux und Tux. Da würde ich zum Beispiel das hier installieren und nehmen. Das passt ziemlich gut zu Redcore-OS. Ich habe jetzt hier HD einfach ausgewählt. Ich brauche jetzt hier kein 4K oder 8K. Und dann kann ich hier auf Verwenden klicken. Und dann haben wir das hier als Hintergrundbild. Und das sieht auch sehr, sehr schick aus. Super. Ja, und das lasse ich jetzt einfach mal. Gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Aussehen, das gesamte Erscheinungsbild hier auch entsprechend anzupassen. Dazu gibt es in den Systemeinstellungen eben Erscheinungsbild. Und im Prinzip ist das Plasma, was hier konfiguriert ist, das Standard-Breeze-Thema, das Standard-Breeze-Design von KDE Plasma. Lediglich die Symbole sind ein bisschen angepasst worden. Und hier ist auch dieses Menü ein bisschen angepasst worden. Das Anwendungsmenü selber, wenn mir dieses, ich sage mal, Windows XP-Style nicht so gefällt, dann kann ich hier mit Rechtsklick einfach drauf, ich mache mal kurz hier weg, so, dann einfach auf Alternativen anzeigen. Und dann gibt es hier entsprechend zum Beispiel eine Anwendungsübersicht. So, dann hat man hier sofort das KDE Plasma-Symbol. Und dann sieht das im Prinzip so aus. Das hat so ein bisschen was von GNOME auch. Das ist an sich ein ziemlich gutes Ding, wenn man Tablets oder so ein Convertible-Laptop hat. Oder also ein Laptop mit Touch-Display. Da macht sich dieses Anwendungsmenü sicher ganz gut. Ansonsten gibt es noch halt Rechtsklick, Alternativen anzeigen und den Anwendungsstarter, den Klassiker. Das ist der, den man eigentlich so von KDE Plasma auch kennt. Man hat dann hier im Prinzip seine Kategorien. Und hier dann entsprechend schon sofort die Programme oder eben bei aller Anwendung alles alphabetisch auch sortiert. Wenn man das dann möchte, dann gibt es ja auch noch separat auch die Orte. Und das ist halt dann das hier, was im Prinzip voreingestellt wird. Wobei das jetzt so ein bisschen anders aussieht, weil jetzt hier an der Seite sind hier oben jetzt noch die Shortcuts. Das war bis eben nicht so. Also das Breeze-Thema gibt es dann noch als Dark Mode im Prinzip. Und dann hat man das Ganze dann auch noch ein bisschen dunkler. Das ist durchaus sehr, kann durchaus sehr angenehm für die Augen sein. Und alle Qt 5 Anwendungen passen sich dann diesem Design mit an und sind dann ebenfalls dunkel. Wenn mir ansonsten das Breeze-Design nicht so gefällt, dann kann ich mir auch hier direkt aus dem Internet entsprechend ein neues Design dann herunterladen. So, dann nehme ich hier zum Beispiel mal ArcDark, KDE-Theme. Das ArcDark-Theme ist so ein bisschen mein Lieblings-Theme im Prinzip. Und mal sehen, wie das ist eigentlich ein GTK-Thema und gar kein KDE-Thema. Und ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn man das quasi übersetzt für KDE-Plasma. Einmal anwenden. Und jawohl, schon haben sich die Fenster geändert. Jetzt ist alles in diesem wunderschönen Theme. Gut, die Symbole sind jetzt ein bisschen groß geraten, aber sehen sehr, sehr schön aus. Das sind im Prinzip, das ist das Papyrus-Icon-Set, sieht man sofort. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, so würde ich mir das auch einrichten. Aber selbstverständlich muss das natürlich jeder für sich wissen. Genau, hier Papyrus Dark und dann gibt es noch Papyrus Light. Genau, und Numix Light, das waren hier mit den gelben Ordnern. Ja, da war ich dann tatsächlich, da hatte ich tatsächlich recht gehabt. Das war das Numix-System, also das Numix-Design, was ich persönlich jetzt nicht so schick finde. So, jetzt ist das mit den Symbolen ein kleines bisschen besser. Jetzt ist es ein bisschen besser angepasst. Ich finde, so sieht das super aus. Und so haben wir jetzt im Prinzip dieses Theme ziemlich gut unseren Bedürfnissen angepasst. Und sieht schon wirklich sehr, sehr toll aus und ist trotzdem immer noch Redcore. So, dann wandern wir mal jetzt zu guter Letzt noch in die Car wie Konsole rein. Und machen das Ganze hier mal ein bisschen größer. So, also wie gesagt, wir hatten ja jetzt eben schon die grafische Oberfläche von Sisyphus. Und Sisyphus ist ein sehr umfangreiches, sage ich mal, ein sehr, sehr umfangreicher Paketmanager, der so ein bisschen so zu verwenden ist wie der Upt-Paketmanager. Das heißt, wenn man sich da nicht verschreibt, dann kann ich Sisyphus und dann mit P-H-U-S, da muss ich mich einfach dran gewöhnen oder da muss man sich einfach dran gewöhnen, dass das auch so geschrieben wird. Und dann kann ich einfach Install und dann halt ein Paket installieren, wie zum Beispiel den Firefox. Und da nehme ich natürlich auch das Binär-Paket nur für den Fall der Fälle. So, natürlich muss ich hier das Ganze als Root machen. Und Sudo wird gar nicht erst gefunden. Das finde ich ja mal sehr kurios. So, Duos und Sudo sind gar nicht installiert. Okay, da ich aber in der Konsole mal installieren möchte, werde ich das Ganze jetzt hier mal einrichten. Dazu gehe ich in die Sisyphus-Gui. Da haben wir hier PolicyKit 1 KDE-Agent. Das wird über das PolicyKit hier gehandelt. Und dann werde ich hier einfach mal Sudo. Und das Ganze installieren. Einmal Install. Ups. Install. So, dann ist das Ganze auch installiert. Und jetzt habe ich mir hier einfach mit SU kann ich mir jetzt hier Root-Rechte vergeben. Also ich bin jetzt quasi Root. Und man sollte im Prinzip so wenig wie möglich als Root machen. Und deswegen werde ich jetzt erst mal in die Datei, in die Konfigurationsdatei gehen von Sudo. Das mache ich mit Y-Sudo. Und dann werden wir hier die Wheel-Gruppe einfach mal aktivieren. So. Wheel. Sehr gut. Mit STRG-O speichern. Und mit STRG-X wieder raus. So, und als nächstes muss ich jetzt dem Benutzer-Typ noch die Gruppe Wheel zuweisen. Und das mache ich mit User-Mod. Add Group. So kann man sich das im Prinzip merken. A, G. Also Add hinzu. A für Add und G für Group. Dann der Gruppenname. Das ist die Wheel-Gruppe. Und der Benutzer ist Typ. Dann ist das Ganze erledigt. Ich mache Exit. Und rein theoretisch müsste ich jetzt Sudo haben. Und jetzt können wir das Ganze nochmal probieren. So, mit Sudo install Firefox Bin. Mal schauen. Ja, das haut hin. Und, et voilà, funktioniert. Zumindest erstmal funktioniert Sisyphus über meinen Typ-Account. So einfach kann man übrigens Sudo entsprechend dann einrichten. Ja, es ist also absolut kein Hexenwerk. So, schauen wir mal, ob das Ganze gefunden wird. Okay, Firefox Bin wurde als E-Build gefunden. Ich werde jetzt einfach mal nur Firefox nehmen, in der Hoffnung, dass Sisyphus das in den eigenen Repositories hat, unter dem Namen Firefox. Wenn ich nämlich E-Build verwende als Option, kann ich zum Beispiel Firefox, ich könnte jetzt zum Beispiel Sisyphus install Firefox E-Build nehmen und dann installiert er das direkt aus Portage. Das heißt, er zieht sich dann die Quelldateien und kompiliert das hier auf meinem Rechner. So, hier hat er das jetzt auch gefunden. Vier Binär-Pakete hat er gefunden. Das sind also das aus den eigenen Repositories vorgefertigte, vorkompilierte Binär-Dateien. Und die möchte er jetzt installieren. Ich sage ja, möchte ich. Und jetzt lädt er die im Prinzip runter. Und das geht natürlich selbstverständlich deutlich schneller, als wenn ich das jetzt mit Portage installiere. Wir können aber trotzdem gleich eine Portage-Installation trotzdem noch machen. Einfach nur, um zu zeigen, dass Portage trotzdem funktioniert. So, damit ist er jetzt auch fertig. Und rein theoretisch sollte der Firefox dann jetzt hier drin sein. Ist er natürlich nicht. Der ist erst dann drin, wenn ich mich einmal... Ah ja, jetzt ist er drin. Hier unten hat sich jetzt dieses, wo das Fragezeichen die ganze Zeit war, hat sich jetzt hier der Firefox hingepackt. Das ist jetzt quasi der Standard-Browser. Und wenn ich jetzt hier einfach mal draufklicke, dann öffnet er sich auch. Und er ist sofort auch auf Deutsch. Und es öffnet sich standardgemäß die Gentoo-Seite. Denn der Firefox kommt aus den E-Builds von Gentoo direkt. Deswegen ist er auch hier. Und hier sieht man auch, dass das mit dem Theme jetzt nicht ganz so hinhaut. Das liegt natürlich daran, dass die Oberfläche des Firefox aus den GTK-Bibliotheken kommt. Können wir aber auch noch ein bisschen anpassen. Bei weitere Werkzeuge, Symbolleiste, mache ich die Titelleiste weg. So, und dann sieht das alles auch ein kleines bisschen schicker aus. Und ich habe noch ein bisschen mehr Platz. So gefällt mir das sehr, sehr gut. Gut. So, so kann man also Software installieren. Ich kann aber trotzdem Portage weiter benutzen. Das ist mit Emerge. Und dann kann ich Ask und Quiet. Also Ask heißt, wenn er jetzt das, was ich installieren möchte, gefunden habe, dann soll er mich vorher fragen. Aber er soll eben daher auch beim Herunterladen nicht den ganzen Work aussenden. Ich brauche halt Sudo. Und dann kann ich zum Beispiel NeoFetch nehmen. Das hatten wir ja eben schon mal installiert und nochmal deinstalliert. Genau. E-Build hat er gefunden. Jetzt haben wir hier ein E-Build. Das heißt, er würde das jetzt quasi neu, komplett neu bauen. Aus dieser Kategorie. Oder sagen wir jetzt einfach mal Yes. Und dann zieht er sich das jetzt. Ich habe jetzt absichtlich, lasse ich jetzt NeoFetch-E-Builden. Ganz einfach, weil das Emerging und Installing eben nicht so lange dauert. Also der muss jetzt nicht ewig viel kompilieren. Wenn ich jetzt dieses Q, was ja Quiet bedeutet, hätte ich das jetzt nicht angegeben, sondern einfach nur Ask oder vielleicht sogar gar nichts, dann hätte er mir hier während des Emergence jetzt hier haufenweise Zeug ausgegeben in der Konsole mit Haufen, was er gerade macht und was er gerade einstellt und kompiliert und macht und umsetzt und so weiter. Das kann man dann eben mit diesem Kürze verhindern. Deswegen also Emerge, Akku und dann das Programm, was man installieren möchte. Und dann funktioniert das auch. Hier sollte man aber vorsichtig sein, gerade wenn man zum Beispiel GCC oder einen Browser installiert. Alles, wenn man das über Emerge installiert, über Portage, dann dauert das richtig, richtig lange. Also der Firefox, den Firefox frisch runterzuladen und zu kompilieren, dauert drei, vier Stunden. Je nachdem, was du für einen Rechner hast, kann das richtig, richtig lange dauern. Ja, deswegen kannst du gegebenenfalls bei Emerge einfach den Firefox-Bin dann nehmen und dann wird eben die Binärdatei runtergeladen, weil auch Portage enthält für Firefox bereits eine fertige Binärdatei schon. Einfach um diese ganze Kompilierungszeit auch für die Nutzer dann zu umgehen. Ja, also man kann aussuchen, ob man Emerge verwendet, ob man tatsächlich die Sachen frisch kompiliert oder eben dann Sisyphus. Wir haben ja jetzt mal Neo-Fetch auch installiert. Was natürlich auch besonders wichtig ist, ist, das System sollte ja up-to-date gehalten bleiben. Man muss halt zwischendurch auch mal Updates durchführen. Und das geht natürlich auch mit Sisyphus, mit Suse, dann Sisyphus. So, und dann ähnlich wie bei apt, einfach erstmal ein Update durchführen. So, Sisyphus-Update ist im Prinzip das Äquivalent zu sudo-emerge und dann sync, wenn ich mich nicht irre. Sync. Das ist das, was Portage machen würde. Also im Prinzip einfach nur die Repositories, die Spiegel-Server-Listen synchronisieren. Mehr ist es nicht. Im Prinzip dasselbe war es auch bei apt-update. Wenn du also apt-update durchführst bei Ubuntu, Mint oder Debian, dann werden ja hier mit Update auch erstmal nur die Listen synchronisiert, um zu schauen, welche Sachen dann eben aktuell sind und welche nicht. Und dann gibt es dann das Upgrade. Das entspricht dann im Prinzip diesem E-Build. Das ist das, was bei Portage dann im Prinzip dieses ewig lange, ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Das wäre dann dieses Emerge und dann New Use, dann Update, dann Deep, Ask, Verbose oder auch Quiet, je nachdem wie man es haben möchte, ob man da mitlesen möchte oder nicht. So, entweder Verbose oder Quiet und so weiter und so fort. So, ne? Das wäre jetzt dieses halt Emerge. So, das wäre jetzt das, was man ja dann bei Gen2 machen müsste, um im Prinzip das System wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das braucht dann sehr, sehr lange und das würde jetzt hier funktionieren einfach mit sudo, sissi, sissi, bus und dann Upgrade. Und das hat im Prinzip ebenfalls, wenn man das jetzt auf den Upt-Paket-Manager für Ubuntu gegensetzt, hat im Prinzip dieselbe Bewandtnis. Das heißt, da werden dann die neuesten Sachen heruntergeladen und das gesamte System entsprechend geupgradet. Hier hat man ganz fix ein Unterfenster aufmachen und mal NeoFetch starten. Einfach mal, um hier gleich zu schauen, welcher Kernel aktuell noch drauf ist. Das ist nämlich der 1571 LTS. Das wurde ja auch bereits so angekündigt. Und wenn der jetzt hier gleich fertig ist mit Installieren, dann schauen wir mal, was dann der Kernel ist, der aktuelle. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann 1573 ist. Aber wir warten mal ab. Das kann jetzt einen Moment dauern. So, jetzt hat er alles herausgefunden quasi, was geupdatet werden soll. Und dann würde ich sagen, would you like to proceed? Einmal ja. Und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. So, die Installation hat natürlich ein bisschen gedauert. Das war ja auch eine ganze Menge. Und zu guter Letzt, wenn man eine solche große Installation durchgeführt hat, ist es immer zu empfehlen, nicht mehr benötigte Abhängigkeiten zu deinstallieren. Und das geht mit Sisyphus auch ziemlich einfach. Einfach sudo Sisyphus und dann auto remove. Das entspricht im Prinzip dem Emerge, DebtClean. Ja, und dann halt VA, wenn man das noch möchte. Ja, das ist im Prinzip dieses Dependency Clean, was man von Emerge kennt. Und hat im Prinzip dieselbe Funktion auch wie apt auto remove by Debian. So, das führen wir mal noch durch. Ja, das Passwort war falsch. So, und damit war das auch fertig. Ich kann es nochmal durchführen, aber im Prinzip ist es dann durch. Und damit sind dann die Abhängigkeiten, die unnötigen Abhängigkeiten deinstalliert worden. Und nach so einem großen Update empfiehlt es sich dann immer, das ganze System einmal neu zu starten. Sehr gut. So, jetzt sind wir wieder da. Einmal neu gestartet. Und dann können wir uns mal die Konsole rausholen. Das ist jetzt hier ein bisschen kleiner geworden. So, dann einmal größer. You name minus A. Ja, und der Kernel hat sich tatsächlich nicht geändert. Der ist so geblieben quasi. Das ist also weiterhin 1571 Redcore LTS. Und man kann natürlich auch einen ganz normalen Kernel, einen ganz normalen Stable Kernel noch nachinstallieren, wenn man das möchte. Da dann einfach mit Sisyphus install Linux. Mein Fazit zu diesem Betriebssystem fällt tatsächlich sehr, sehr positiv aus. Ich bin tatsächlich positiv überrascht, dass es ein Team geschafft hat, Gentoo wirklich für die Massen auch herzustellen. Anstatt eine unnötig große Auswahl zur Verfügung zu stellen, hat man sich hier einfach auf KDE Plasma spezialisiert. Man hat einfach festgelegt, KDE Plasma ist unsere Desktop-Oberfläche und darauf baut das alles auf. Das Gentoo Profil Hardened sorgt dafür, dass das System stabil und sicher läuft. Und mit Sisyphus, dem eigenen Paketmanager oder dem eigenen Paketmanager Helper auch, sorgt man ebenfalls dafür, dass neue Nutzer, die zum Beispiel von einem anderen Linux-Betriebssystem wie Ubuntu, Linux Mint und so weiter auf ein Gentoo hier auf Redcore umsteigen, es dann doch ziemlich einfach haben, sich auch in der Konsole zurechtzufinden, obwohl tatsächlich für die Installation von Paketen die Konsole gar nicht notwendig ist, da Sisyphus hier mit einer eigenen GUI, also einer eigenen Oberfläche daherkommt. Schön finde ich auch, dass man dann einfach auch wählen kann zwischen den vorgefertigten Binärpaketen oder eben dann auch selber kompilieren kann, denn Emerge lässt sich ganz normal weiterhin benutzen und so kann man auch alles weiterhin auch einstellen, wie es im Gentoo Wiki eben beschrieben steht. Wer also zum Beispiel ein Gnome installieren möchte, der kann das dann eben auch machen nach Anleitung von dem Gentoo Wiki. Ich kann das Betriebssystem absolut empfehlen, auch für Neulinge und die, die sich noch nicht ganz so toll auskennen. Flatpak ist mit installiert, KDE Plasma ist ohnehin eine sehr, sehr schöne Desktop-Oberfläche, die sich auch wunderbar gestalten lässt und ich kann mir gut vorstellen, auch Redcore Linux als Daily Driver zu verwenden. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Der letztegetar ist ohnehin eine sehr wichtige Notwendigkeit. Der Proelse ist in der Kontrolle. Der sins합니다 wird das Mai Disc duvan. Der Oláherti! Der r Kapolis.